Hallihallöchen und da sind wir schon wieder am gleichen Tag noch, aber im nächsten Podcast. Da habe ich eine Nachricht in WhatsApp bekommen. Ja, also die letzten Podcasts waren schon krass. Ja, ich meine vom Themen, bei dem einen habe ich jetzt ja was rausgeschnitten, weil das habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht, ob ich das so ins Internet schmeiße oder nicht. Bei dem anderen hier, gut, das ist meine Meinung, die ich vertrete. Beim letzten über Religion, du bist ja der gleichen Meinung. Ich weiß, da wird es bestimmt wieder was geben. Und ich würde sagen, damit springen wir ins erste Thema. Einmal Stopp, bitte. Stopp. Ich habe gerade eben das Doppelte davon rausgeschmissen. Tics, die du hast. Die du hast. Ich kann eine Sache, die geht gar nicht. Lautstärke. Mir egal. Nein. 18, 20, 22. Die darf nicht bei 19 oder 21 oder 13 stehen. Ach so. Die muss gerade sein. Nein, geht nicht. Bei mir nicht. Danke. Bei mir ist es ohne Scheiß Heizung. Also wenn du im Auto hockst, Heizung. Ich kann keine 0,5. Entweder es ist 22 oder 23. Aber nicht 22,5. Geht bei mir gar nicht. Das gleiche wie beim Tempomat im LKW. Ich fahre nicht 88,5. Sondern 88 oder 90. Ich kann das nicht. Nee. Und bei... Die 0,5, das geht mir so offen. Und bei mir ist es halt wirklich, bei mir muss es gerade sein. Also da würde es keine 21 oder 23 Grad geben, dann ist es 22 Grad. Auch wenn 22 Grad vielleicht ein bisschen zu kalt wären. Aber es muss 22 sein. Das ist so auch am Fernseher, am Autoradio, egal wo es hier ist. Wenn ich jetzt das lauter und leiser mache, ihr seht es nicht. Das muss eine gerade Zahl sein. Das geht nicht ungerade. Das kann ich nicht. Das, das... Nein. Das ist, das ist schlimm bei, äh, bei YouTube, wenn ich, äh, mit dem Pfeiltasten raufhunde. Da geht der, macht ja 5, äh, 5er Schritte. Das ist gemein. Der macht 60, 65, 70. Okay, dann muss ich halt mit 70 leben. Auch wenn es ein Ticken zu laut ist. So ist es. So ist es einfach bei mir. Und, äh, ein Tick habe ich noch. Hä? Damit habe ich ehrlich gesagt kein Problem. Ein Tick habe ich noch, ähm, das ist tatsächlich... Hier im Büro. Oder an grundsätzlich in meiner Wohnung sind die Rollos überall. Also entweder habe ich halb Dunkel Rollos dran. Dass es so halb Dunkel ist in der Wohnung. Weil ich so so Doppel Rollos, die man einstellen kann. Oder so welche, wo noch Licht reinkommen. Oder sie einfach zur Hälfte beim Fenster unten. Weil ich es nicht mag, wenn es zu hell ist in meiner Wohnung. Tagsüber. Und hier zum Beispiel ist es komplett Dunkel. Hier habe ich nur künstliches Licht. Also ich hätte zwar hier ein Fenster, was ich auch aufmachen könnte. Was ich zumachen könnte. Allen drum und dran. Aber ich habe... Vielleicht ist es auch Faulheit, das Rollo rauf und runter zu machen. Aber ich mag hier eigentlich immer exakt die gleichen Lichtverhältnisse. Weil ich auf diese Lichtverhältnisse meine Bildschirme eingestellt habe. Ja gut. Da kann ich jetzt nicht mitschwätzen. Ne, auch wenn ich jetzt nicht stream oder sowas. Ich mag es nicht, wenn die Sonne von der Seite so hart reinpretze, dass ich es nichts mehr sehe. Deswegen ist bei mir, wenn man mich kennt, mein Rollo von meinem Gaming-Zimmer hier eigentlich immer unten. Ja, hier auch. Hier auch. Ich habe ein Doppelrollo an der Wand. Weiß ich es doch mal. Und dann nochmal ein Verdunklungsrollo übers ganze Fenster drüber. Das hier immer komplett dunkel ist. Tatsächlich ab und an tue ich es mal hoch. Aber das ist eher sehr, 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 sehr selten. Ich mag es halt, wie gesagt, nicht, wenn so die Sonne so reinballert. Vor allem, weil ich auf der Nachmittagsseite habe ich die Seite, wo die Fenster, mein Balkon ist und allem drum und dran ist die Nachmittagssonne. Die Vormittagssonne ist genau auf der anderen Seite von der Ding. Und da ballert es so richtig Vollgas rein. So frontal. Das mag ich nicht. Deswegen sind eigentlich alle Rollos bei mir unten oder so halb unten. Ja, dann, was habe ich noch als Tick? Ich mag Oberflächen. Kennst du das? Nee. Wenn mein Auto, bestes Beispiel, wenn ich mein Auto schön mit Clay mache, frisch poliere und der Lack so ganz weich, so ganz glatt ist, dann möchte ich mein Auto eigentlich die ganze Zeit nur streicheln, weil ich die Oberfläche mag. Ja, da bin ich komplett raus. Wirklich, da würde ich die ganze Zeit einfach nur über mein Auto streicheln. Da bin ich komplett raus. Ich mag Oberflächen nicht. Ich mag es nicht, wenn es glänzt. Ich mag es, wenn es glänzt, aber sobald dein Fingerfleck drauf ist, da könnte ich ausrasten. Nee, du kennst, du hast doch bestimmt dein Auto mal poliert. Nö. Du hast dein Auto noch nie poliert? Nö. Du musst dein Auto mal polieren und danach musst du über den Lack drüber langen und der ist ganz weich. Also gefühlt ist er ganz weich. Einfach weil, aber wenn der so glatt ist, fühlt er sich halt weich an. Nö. Voll geil. Voll geil. So was mag ich. So was mag ich zum Beispiel. Ähm. Ich finde den Geruch von Teer, frisch geteerter Straße. Mega geil. Ich, dann, wenn wir von Gerüchen sprechen, ich liebe es, Benzingeruch zu riechen. Ja, aber nur, wenn es nicht zu viel ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen 10-Liter-Kanister frisch aufgeführt hast und den auf die Rückbank stellst, ist es zu viel. Wenn du den in den Kofferraum stellst, aber dein Kofferraum abgetrennt ist und so leicht der Benzingeruch reinkommt, ist es geil. Nee. Oder kalter Motor früh und du fährst rückwärts, so die Einfahrt raus, sodass es, ähm, die Abgase mal kurz angesaugt werden. So wenn der Cut noch kalt ist und allem drum und dran. Oder hinter einem Zweitaktroller zum Beispiel oder sowas. Oh. Solche Gerüche mag ich auch. Also ich bin sehr empfindlich, also ich bin nicht sehr empfindlich auf Gerüche. Es gibt auch Gerüche, die kann ich gar nicht. Also brennender Aschenbecher und ich spei dir sofort her. Nee. Das ist mir egal. Ja, ich hab den, äh, den Beispiel, äh, das Beispiel tatsächlich bewusst gewählt, weil bei uns in der Arbeit am Raucherplatz öfters mal ein Raschenbecher brennt. Weil manche zu blöd sind, eine Zigarette auszumachen. Äh, da wirklich, da, da, da hab ich den Geruch, hab ich hier hinten drin und dann, boah, da wird mir schlecht. Äh. Äh. Was ich ticke habe, ist, wenn du ein Lagerfeuer machst, hocke ich ganz, ganz, ganz dicht am Lagerfeuer. Ja, ich setz mich fast rein, die kenn ich. Ja. Aber ich, ich sitz dann auch glücklich, ich kann ohne Scheiß vier Stunden vorm Lagerfeuer sitzen und einfach nichts reden. Ich unterhalte mich gern. Ey, ich guck in diese Flammen rein und bin von diesen Flammen irgendwie wie hypnotisiert. Das kann ich stundenlang durchziehen. Ja, das, das, das nicht da, wo ich herkomme, ist immer auf Asche, Regen und Flammen. Äh, jetzt mal als Spaß beiseite. Ähm, nee, also sowas hab ich nicht, aber ich kann mich auch, ich könnte mich auch ins Feuer reinsetzen. Aber würde ich jetzt nicht als Tick bezeichnen bei mir. Doch, das ist bei mir ein Tick. Also Tick ist wirklich das mit der Lautstärke, dass ich Oberflächen mag und die halt einfach streicheln will. Ähm, dass ich es extrem empfindlich auf Gerüche, äh, reagiere. Würde ich jetzt auch mal als Artik bezeichnen oder so ein Ding. Ähm, weil, wie gesagt, Benzingeruch, kalter Cut und du, und du riechst deine Abgase so ein bisschen so. Ach, äh, Asphalt, frisch, geteerte Straße. Liebe ich, frisch gemähtes Gras. Äh, ich hab Heuschlupfen, nicht geil. Äh, okay. Ich nicht, frisch gemähtes Gras. Ach, richtig geil. Ähm. Frisch geschlagenes Holz. Ja. Auch toll. Ich liebe es, wenn ich mit meinem Lastwagen in ein Sägewerk fahren muss und da frisch gesägtes Holz fahren muss. Ja, das ist so geil. Wir haben hier auch Sägewerk. Es gibt den nicht als Parfüm. Ich würde die ganze Zeit riechen wie frisch geschlagenes Holz. Ich auch. Ich, ich, ich tatsächlich auch, ja. Mit so frisch geschlagenes Holz und du riechst so mit so einem Hauch Benzin. Oh, das wäre so ein geiles Parfüm. Ich hätte meine Freundin damit ansprühen. Ich, ich, ich würde mit einem Feuerzeug hinter dir herlaufen. Brennt der? Ich würde nur abfangen. Aber tatsächlich, du wirst lachen, pass auf. Äh, ich hatte mal eine Freundin aus Weißenstadt und in Weißenstadt ist auch so ein Sägewerk. So ein großes, richtig großes Sägewerk. Und die war Konditorin. Das heißt, ich hab die nachts schon hingefahren. Äh, in die Arbeit gefahren. Und das war nachts absolute Stille. Und du hast einfach dieses frische Holz gerochen, wenn du da vorbeigefandest. Das war wirklich wie so eine Wolke drüber. Drumherum und wirklich. Oh, das ist einfach toller Geruch. Und dann die Atmosphäre noch so ein bisschen dazu. Nachts, du riechst das. Voll geil. Wirklich voll geil. Ja. Äh, Ticks, die du hast, Sven. Ich rieche oft an meinen Fingern. Ich weiß nicht, ich gehe rauchen. Nach dem Rauchen rieche ich an den Fingern. Ich weiß nicht, warum. Frisch desinfizierte Hände. Ich rieche meine Fingern. Okay. Ich weiß nicht, warum, aber ich. Bring mir auch Gerüche ein. Das hab ich nicht. Also das ist so das typische Tick von mir. Aber sonst, ja, frisch geschlagen. Ich rieche gern frisch geschlagenes Holz. Dann natürlich das mit meiner Quarzahle. Oder mit dem Tempomat. Ja, das hab ich ja auch. Nur halt bei Ungerade. Du hast es mit 0,5. Ich hab das 0,5. Geht gar nicht. Ja. Das gleiche, wenn ich jetzt Factorio spiele. Ich mach ne Anlage. Und die bringt ohne Scheiß. Sagen wir mal Metallplatten. Die bringt 22,5 Metallplatten in der Minute raus. Geht nicht. Geht nicht. Entweder 50 oder 22. Aber sonst nicht. Also die 0,5 haben es mir angetan. Dann, was ich noch hab. An Tick ist, glaube ich, dass ich mich hier auf dem Stuhl ständig bewege und sonst irgendwas. Da ist Mietze leidtragend. Also, dass ich halt nie wirklich still sitzen kann auf dem Stuhl. Und immer ein bisschen in Bewegung bin. Ein bisschen sind auch meine Knie dran mit Schuld. Weil ich unförmige Kniescheiben hab. Aber die, äh, dafür muss ich sie einfach nur bewegen. Dann tun die nicht weh. Wenn ich zu lang angewinkelt lass, hab ich so ein Ziehen mal beim... Könne ich meinen. Tut ein bisschen weh. Aber, ähm... Ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Tick. Sondern eher so eine negative Eigenschaft, würde ich sagen. Äh... So ein Tick. Hä? Ist auch ein Tick. Ist auch ein Tick. Äh... Was noch? Sonst hab ich eigentlich nichts. Mir würde jetzt auch nichts einfallen. Sonst hab ich nichts. Nee, mir fällt auch grad nichts ein, wo ich sagen könnte, okay. Das ist komplett vorbei am Leben, aber... Nee. Ja, dann würde ich sagen... Na, das wär's. Sag ich mal Stopp. Ja. Moment. Und los. Stopp. Bist du denn schon draußen? Ja, da musst du gewesen sein. Da muss man mal gewesen sein. Ähm... Da hast du was aufgeploppt. Was? Da hast du was aufgeploppt. Das ist... Direkt drunter. Oh, das... Nee, 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 nee. Das ist für irgendwann mal. Machen wir das gleich danach. Das wäre... Das hätte jetzt zu unserem vorigen Thema gepasst. Stimmt. Das passt halt wirklich zu unserem Systema grad eben. Nee, komm, dann kommt das mal mal anders. Das ist... Mach mal... Weil wir haben ja eigentlich random. Aber... Wirklich. Und der zweite Moment, als ich's gelesen habe... Ich spoiler euch jetzt mal. Der zweite Moment, als ich's gelesen hab, hab ich mich noch mehr gefreut, weil das irgendwie... Irgendeiner hat über Gedankenübertragung grad was reingeschrieben in das Formular, was zu 100% gepasst hätte auf dieses Thema. Und wir einfach weiterreden hätten können. Also einmal feiere ich's grad, dass ich's zum ersten Mal aufploppen oder halt zum zweiten Mal aufploppen sehen hab. Oder so richtig aufgeploppt hab ich's zum ersten Mal gesehen. Vorhin hab ich nur gesehen, oh, da ist grad was Neues reingekommen. Da freu ich mich gerade. Äh, da muss man mal gewesen sein. Ähm, wo muss man denn mal gewesen sein? Ich hab keine Ahnung. Bei mir zu Hause. Äh, also, warte mal, mach mal's anders da. Äh, äh. Ich bin nicht so oft im Ausland gewesen. Ich öfter... Ich will aber wohin? Ich sag's mal so, egal ob ich jetzt wohin will, wo ich finde, wo man mal gewesen sein sollte, wo ich auch noch hin will, ist Australien. Aber nicht Australien in Sydney oder sonst irgendwas, sondern so wirklich Australien mal auf einer Kangaroo Ranch oder, äh, im Great Barrier Reef. So Zeug. Australien. Dann Österreich oder Schweiz einfach die Berglandschaften mal sehen. Für jemanden, der zum Beispiel aus, äh, Buxtehude kommt, äh, aus, äh, Fährmann kommt, wo halt alles flach ist. Der kennt solche Berge, nicht? Oder vom Strand her? Ich wohne in Bad Württemberg. Ich bin ein... Wir sind ein Berg. Ja, ja. Ja, ich, 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 ja. Ich hab ja hier auch Berge. Aber ich mein, für jemanden, wo es wirklich vom Flachland, absoluten Flachland kommt, wo die Landschaft wie gebügelt ausschaut, der kennt Berge nicht. Nicht wirklich, außer der Wald schon mal dort. Aber ich würde sagen... Also ich möchte auch, das hab ich auch schon mal gesagt, äh, wenn ich auswandern würde aus Deutschland ohne Kackschweden. Im Winter. Ich liebe dieses Land Schweden. Also bei mir wär nichts anderes, weil ich drin sitzen würde, weil es mir draußen so kalt wär. Ich rede hier von komplett Selbstversorgung. Nee. Da hast du keine Zeit zum Zocken. Da wär mir trotzdem draußen zu kalt. Ähm, aber... Nee, also, also Australien ist was, wo ich unbedingt mal hin will und was ich sag, da sollte man auch mal hin. Dann, wenn man vom Flachland kommt und Berge nicht kennt, mal in die Berge, mal wirklich in die Berge, weil es gibt unglaublich schöne Landschaften in, äh, in Österreich. Österreich, Schweiz, Tirol, wo man mal hin kann. Unglaublich schöne Landschaften von Bergen und allem drum und dran. Äh, wenn man von Bergen kommt, mal ins Flachland, hab ich auch gemacht. Zwei Wochen waren zu viel. Ich hab zu viel Fisch, zu viel Boote, zu viel Schiffe, zu viel Meerhafen, zu viel Wasser gesehen. So eine Woche. Manchen gefällt's ja da. Ähm, mal Strand, ich sag mal so, einmal Strand, einmal Berge, einmal Flachland, einmal wirklich sowas wie Australien, wo es wirklich was, ganz was anderes ist. Ist ja was anderes, als wenn du, du fährst von Deutschland nach Italien, da ist nicht viel anders. Da unten ist viel anders, komplett anderes Klima, andere Landschaft und, 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 und. Mal auch, wo ich mal hin will, ist Norwegen. Norwegen, Schweden, Finnland, das ist so, da will ich mal hin. Ja, so in das Eck will ich mal, will ich mal Urlaub machen für eine Zeit lang. Oder für eine Zeit sein, weil das auch unglaubliche Landschaften sind. Schottland, hab ich auch mal Lust. Mhm. Bestimmt auch sehr interessant und... Sowas wie Paris, London oder so große Städte reizen mich gar nicht. Ich war schon in Paris, war enttäuscht. Ich war in Berlin, war enttäuscht. Ich war in München, war enttäuscht. Ich war in Prag, war enttäuscht. Also ich war in größeren Städten, war immer enttäuscht. War in Rom, war auch enttäuscht. Ich war in Venedig, hab 15 Euro Cuperto bezahlt, war enttäuscht. Das ist das teuerste Bier überhaupt, 23 Euro ein Bier. Also ich war, wie gesagt, Venedig und sowas war ich schon. Fand's interessant, fand an sich es schon mal anschauenswert. Aber für mich wär's keine zweite Reise wert. Und hätte ich gewusst, wie es zuvor ist, wär ich da nicht hin. Muss ich auch ehrlich sagen. Weil es zu überlaufen ist. Zu viel los. Da ist die Hölle los. Du musst aufpassen, dass du nicht platt getrampelt wirst. Gut, der jetzigen Corona-Zeit nicht. Aber grundsätzlich. Nee, also ich bin da komplett raus. Muss ich sagen. Wo willst du, machen wir es anders. Wo willst du mal hin, außer da ins kalte Eck? Nordkap. Schweden. Nur da hin. Finnland, Schweden, Norwegen. Nordkap. Sibirien. Ohne Scheiß, ich möchte mal nach Sibirien. Ich möchte am Nordpol, Südpol. So, wo es arschkalt ist. So, minus. Ohne Kack, 100 Grad minus. Ist mir egal. Sven, ich war in Kroatien. Im Urlaub. In Kroatien, ja. Ja. Über 30 Grad im Schatten. Nein. Na, warte. Über 30 Grad im Schatten. Ich laufe in Jeans und T-Shirt noch rum. Ist egal. Also, mich hat das überhaupt nicht gestört, die Temperatur. Ich bin ganz normal so, wie ich halt jetzt hier auch bin, rumgelaufen. Es liegt aber auch daran, ich habe keine kurzen Hosen, ich habe nur Jeans und T-Shirts. Ich habe auch keine Pullover. Ich mag auch Farme-Orte, aber ich möchte einfach mal gucken, bis wohin bei mir es zum Extrem wird. Ich friere bei 18 Grad, friere ich. Aber ich möchte tiefer runter. Ich war aber schon, muss ich ehrlich sagen, bei minus 21 Grad bei uns auf dem Hof. Und da ist ein Wind gezogen. Es war arschkalt. Ich möchte einfach irgendwo hin, wo es so richtig, richtig, richtig kalt ist. Sie schießen sich auf den Mond, da ist ein minus 256 Grad. Ja, das wäre dann das nächste Extrem. Aber halt auf der Schattenseite. Okay. Also für mich ist halt wirklich, für jemanden, der vom Flachland kommt, der muss nicht ins Flachland reisen zum Urlaub machen. Aber ich finde, der sollte mal in den Bergen sein oder auch am Strand. Kommt halt immer darauf an, wo du herkommst. Für mich als Oberfranke, ich habe Berge um mich, ich hole Bergler um mich herum, ich hole da Knoch. Da brauche ich nicht zu viel. Aber trotzdem war ich in Österreich. Ich bin in Österreich mal so einen Wanderweg, weiß ich nicht. Der war so breit, dass du gerade so drauf laufen konntest und links neben dir ging es einfach so 20 Meter in die Tiefe. So entlang gelaufen. Also so Zeug, alles mal machen. Wirklich, nur weil man sagt, okay, Berge weiß ich nicht. Kann sie aber trotzdem mal für eine Woche hin. Bei mir ist das Problem, also bei mir ist echt ohne Scheiß, ich wohne nicht weit weg von der Schweiz. Ja, ja, ja. Ich meine aber jetzt hat für, da sollen wir mal gewesen sein für Leute, die halt vom Flachland kommen, dass sie mal in die Berge gehen. Ja. Wie zum Beispiel für dich, ich weiß nicht, warst du schon mal oben im Flachland? Nein. Kannst du mal. Nein. Aber ich würde nicht länger als eine Woche. Weil dann wird es eintönig. Ha, ha, ha. Nee, dann wird es wirklich eintönig. Aber ich fand es tatsächlich auch nicht, also ich muss sagen, wir waren 14 Tage dort und 10 Tage hätten gereicht, finde ich. 10 Tage hätten vollkommen gereicht, aber wir hatten halt echt so Tage, wo wir einmal dann nichts gemacht haben, was ja auch einfach nur irgendwo zum Essen hin. Aber ich fand es mal schön, dort gewesen zu sein, ich will aber kein zweites Mal hin, wo ich zum Beispiel jetzt ein zweites Mal hinwollen würde und da will mein Vater auch mit hin oder da werde ich mit meiner Familie hinfahren. Das wird bei Koblenz sein. Da in das Drei-Länder-Eck da oben wollen wir nochmal hin, weil da gab es viel zu sehen und da haben wir gefühlt irgendwie nicht alles geschafft zu sehen. Da wollen wir nochmal für eine Woche hin oder anderthalb. Aber wo ich schon oft war, war halt wirklich Österreich, ja Schweiz nicht, Österreich, Tirol, überall in den richtigen Bergendingern mit der Friedensglocke und allem drum und dran, wo wir da schon überall waren. Ich war am Gardasee schon ein paar Mal. Ich war am Mittelmeer schon ein paar Mal, also von Strand und Meer habe ich die Schnauze voll, genauso wie von Gardasee habe ich die Schnauze voll. Also ich war zweimal mit der Abschlussklasse da. Beim zweiten Mal Abschlussklasse musst du dir vorstellen, du bist an einem Ort, wo du so gut wie nie bist und kannst deine Leute zu einem versteckten Italiener, Italiener, ja gut Italiener, ha 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 ha, zu einer versteckten Pizzeria führen, die echt gut ist und günstig ist, weil du die Nebenstraßen alle schon kennst. Ja, das ist schon ein bisschen... Dann weißt du, dass du eindeutig zu oft da warst. Dann habe ich gesagt, komm, da, hier, zack, da, da, zack, zack, da, hier, der ist gut, weil du einfach schon zu oft da warst. Dann, ich bin mal nach Paris gefahren, war auch in Lyon. Also ich war eine Woche in Frankreich, fand ich eher enttäuschend. Ich kann da nehmen, ich wohne zwei Stunden weg von Frankreich. Ich, ich glaube, acht oder so. Ich kann dir sagen, ich wohne zwei Stunden von Paris entfernt. Warte mal. Können wir mal schauen. Nach Straßburg ist da noch halb, mit dem LKW. Ja, ja. Beziehungsweise eine Stunde bist du mit dem LKW unten in Frankreich. Ich muss mich korrigieren. Also von hier bis Paris. Ja. Sind es 924 Kilometer und ich fahre neun Stunden. Also die kürzeste Strecke wären 905 Kilometer. Die längste wären neun, wären tausend. 999. Was ich aber nicht verstehe, ich fahre über die A4 und über die, hier steht über A4 und A4 und A4. Okay. Aber, äh, ja, also, wir zwei sind ja schon vier Stunden auseinander. Muss man so rechnen. Ich würde ja auch, wenn ich jetzt... Von mir aus sind es 569,8 Kilometer bis nach Paris. So, und ich fahre von meinem Stand aus nach Heidelberg. Dann nach Mannheim und von Mannheim auf die A6. Das heißt, ich fahre erst mal zu dir und dann weiter nach Paris. So circa. Ja. Und ich fahre von hier nach Offenburg und dann rüber nach Straßburg. Da bin ich schon in Frankreich. Dann über Saar-Münden, Metz, Rims und dann bin ich in Paris. Ja, ja, aber wenn du so rechnest, ich fahre im Grunde... Ich fahre im Grunde... Ich würde erst im Grunde zu dir fahren nach, äh, oder halt bei Heidelberg. Heidelberg nach Saarbrücken rüber. Heidelberg, dann fahre ich in Mannheim rauf, dann über die A6. Ich habe jetzt einfach mal die kürzeste Route genommen und dann rüber, über die A6 beziehungsweise die A4. Ja. In Frankreich ist es dann die A4. Dann kommst du nämlich in Saarbrücken, genau. In Saarbrücken und dann auf die A4. Genau, das heißt, ich würde halt einfach die Strecke zu dir fahren plus weiter. Also ich brauche trotzdem, aber nach Paris brauche ich trotzdem sechs Stunden, 15 Minuten. Echt? Ja. Ja gut, ich... Wie lange habe ich das eine mal zu euch runter gebraucht? In dreieinhalb Stunden? Vier Stunden, irgend sowas? Ja. Na, und dann rechnet es halt noch von der Sitz drauf. Aber ich muss sagen, ich bin, wenn ich jetzt Straßburg eingebe, in... Lass uns mal zurück zum Thema kommen. Ja, warte kurz. Ja, das ist ja das, wohin ich... Ich bin in einer Stunde 28 Minuten in Straßburg. So viel zu dem Damen muss man mal gewesen sein. Es ist für jeden, glaube ich... Ich finde, alles sollte man mal gesehen haben, aber nicht zu oft. Weil sonst wird es langweilig. Also, wenn du noch nie am Meer warst, fahr mal ans Meer. Wenn du noch nie in den Bergen warst und keine Berge kennst, fahr mal in die Berge. Wenn es dir da gefallen hat und du denkst, könnte man nochmal machen, dann mach es nochmal. Wenn du sagst, ich war noch nie in Paris, nur weil ich es enttäuschend fand, kannst du ja jemand anders feiern. Fahr nach Paris. Mach das einfach. Und wenn es ehrlich ist, du fährst für einen scheiß Kaffee einfach mal nach Paris und bleibst einfach mal zwei Tage nur dort. Ja. Mal übers Wochenende oder so. Ich hab Kumpels, die fahren um Mittag zu essen und fahren danach wieder zurück. Sag ja, es kommt... Gut, ich kann dich jetzt nicht bringen. Tausend Kilometer für einen Kaffee und dann gleich wieder zurückfahren, das wird schwierig. Das machen wir nicht nochmal. Also, ich hab mal Kroatien... Von hier nach Kroatien, das waren 1300 Kilometer am Stück, die ich gefahren bin. Will ich nie wieder machen in meinem Leben. Aber ich war der Einzige mit Führerschein. In dem Auto. Äh, gut. Dann geht's weiter. Ja. Würde ich sagen... Möchtest du... Einmal Stopp sagen. Ja, Stopp. Erstes Handy und heutige Ansprüche. Oh... Oh... Steht hier. heutige Ansprüche könnte ich mal schön abhaken. Es muss telefonieren können, Musik abspielen können. Es muss alles können. Nein. Ich brauche keine Fotos, ich mache so ungern Videos. Gut, ich gehe jetzt gerade, da ich an TikTok ein bisschen erfolgreicher bin, live in TikTok, aber mehr mache ich eigentlich nicht mehr. Ich muss gerade googeln, was mein erstes Handy war. Weißt du was, das Handy ist mir so wichtig, dass ich gerade auf meinen Tisch gucke. Hier, ich habe mein erstes Handy, und zwar das Nokia 3210. Oder nee, ist es jetzt 3310? Nokia, nee, Nokia 3310 war es nicht. Bei mir war es Nokia 3210, das war aber nicht mein erstes Handy. Mein erstes Handy war ein Alcatel. Stimmt, hatte ich auch. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das mit so einer kleinen Antenne oben drauf. Richtig, das war mein erstes Mobiltelefon. Und das hieß ja damals noch gar nicht Handy. Sondern das hieß Mobiltelefon. Das war mein erstes Handy. Alcatel. Ja, ich such's gerade. Ständig gibt noch Handys her. Am geilsten war natürlich dieses Alcatel-Handy. War so gut, dass das echt einen geilen Akku hatte. Ah, du konntest mir Nokia nicht mithalten. Das war klar. Du hast Nokia drei Monate lang nicht aufgeladen. Hier ist mein erstes... Ich glaube, das hieß One-Touch. Weiß ich nicht, aber hier ist es unter One-Touch aufgeführt. Und zwar... Es war so ein bisschen rundlich. Mit oben so kleinen Stöppelchen-Antenne. Mit so einem Gummi-Ding. Immer so gummimäßig außenrum. Das habe ich damals gehabt. Das war mein allererstes Handy. Das hatte ich aber nicht lang. Das hatte ich wirklich nicht lang. Und danach habe ich das Nokia 3210 gekriegt. Das hatte ich sehr lang. Das Alcatel, bevor ich das Nokia 3210... Und von dem Alcatel habe ich drei meiner Mutter... Also meine Mutter hat drei Stück gehabt davon und ich habe alle drei kaputt gemacht. Genau. Dann hatte ich das 3210 als nächstes. Und zwar das mit den rundlichen Dingern. Und ja, das war mein aller... Deswegen habe ich mich nicht erinnert an das Alcatel, weil das hatte ich nicht lange. Das ging dann nicht mehr. Hat kein Netz mehr gehabt. Obwohl es eine Antenne hatte. Ich weiß nicht. Hat eine Macke gehabt. Irgendwie sowas. Ja, das hat aber Alcatel allgemein. Mein Alcatel war irgendwann das Motherboard kaputt. Auf jeden Fall. Weil dann habe ich dann das 3210 bekommen von meiner Mutter. Das war mein erstes Handy. Mein Handy tatsächlich und welche Ansprüche ich an mein Handy habe. ist Akku. Ja. Aus diesem Grund habe ich mir dieses mit dem Razer-Logo versehene Handy gekauft. Nur, weil der Akku krass ist. Und das Handy ist dreieinhalb Jahre alt und der Akku ist immer noch krass von dem, wie lang es hält. Ich merke natürlich im Vergleich zu als ich es vor dreieinhalb Jahren gekauft habe, dass er mittlerweile Leistung verliert. Ja. Aber es ist immer noch besser als mein damaliges. Was ich nach einem Jahr tatsächlich die Schnauze voll hatte, weil der Akku nicht mal mehr die Arbeitszeit durchgehalten hat. Ohne, dass ich wirklich was gemacht habe. und hier ich habe es Freitag, also wo es Donnerstag auf Freitag ist, ich habe das letzte Mal aufgeladen und habe 63% Akku. Obwohl ich relativ viel am Handy doch bin. Akku ist geil. Und das ist für mich das Wichtigste. Bilder, ja, Kamera schon auch, ist aber mittlerweile Standard, dass du eine gute Kamera drin hast. Nicht? Ich besitze hier, das hier ist das Note 9. Mein Asus liegt glaube ich irgendwo im Wohnzimmer. Ja, ja, aber ich sage mal, das Note 9 hat jetzt auch nicht unbedingt eine schlechte Kamera. Ach, weiß ich nicht. Ich würde ja nicht mal sagen, wie viel Megapixel das hat, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Ja, ich weiß auch nicht, wie viel Megapixel ich weiß. Ich mache 4K-Kamp-Bilder. Das interessiert mich nicht. Ist mir auch aber relativ Latte. muss ich ehrlich sagen, ist es einfach nur wichtig, dass es eine Kamera hat. Nee, dass ich damit telefonieren kann. Telefonieren tatsächlich mache ich ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Ja, sehr viel. Nee, telefonieren tue ich so gut wie gar nicht. Ich telefoniere fast nur. Nee, telefonieren tue ich wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, und ja, sonst was braucht es noch für mich? Halt Akkuleistung, dass er einfach lange hält. Ähm, grundsätzlich einfach eine Kamera. Hauptsächlich halt, was ich viel, viel mache, ist halt eher, ich schreibe eher ein WhatsApp. Ich bin eher der Nachrichtenschreiber. Ich bin gar nicht der, der was telefoniert. mache ich nicht gerne. Ich telefoniere nicht gerne. Ich schreibe eher ein WhatsApp, aber dafür rufe ich dir ein WhatsApp über, das mache ich sehr gerne, ist eigentlich, ähm, FaceTime. Habe ich tatsächlich noch nie wirklich genutzt? Erst, äh, erst jetzt vor kurzem, wo ich verarscht worden bin, mit einer. WhatsApp-Videoanruf, das mache ich gerne. Ja, ja, weiß ich. Habe ich tatsächlich ein einziges Mal gemacht, wirklich zuvor noch nie genutzt und das einzige Mal, wo ich WhatsApp, äh, Videoanruf gemacht habe, ist jetzt halt, wo ich jetzt vor kurzem auf die Schnauze gefallen bin. Da habe ich mit ihr WhatsApp-Videoanruf gemacht. Aber ansonsten nicht. Das mache ich gerne. Ja, also ich bin, mir ist es da eher gleichgültig. Da bin ich. Aber ansonsten, was gibt es denn heutige Ansprüche? Was ich noch hatte, Speicher zum Beispiel, ist mir unwichtig, weil ich habe wenig Bilder auf dem Handy. Mich muss mal wieder ausmisten. Ich habe viel WhatsApp-Rotze auf dem Handy. Ja, 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 gut, das mache ich relativ oft. Was habe ich denn, äh, WhatsApp, äh, gerade auf dem Handy? Äh, nur Bilder, die ich brauche tatsächlich. Äh, was habe ich hier in dem Ordner drin? Bilder, die ich brauche. Bilder, die ich brauche. Bilder, die ich auch noch brauche. Und ich sehe verdammt viele Bilder von der Arbeit. Weil ich mache halt, tatsächlich nutze ich das Handy, ähm, einmal fotografiere ich meine Gefahrgutpaletten, um einfach, äh, mit einem Bild festzustellen, so sind die Paletten hier rausgegangen, so sind sie zu verlassen, um mich selbst abzusichern. Oder halt, um vorher, nachher Bilder zu machen und so Zeug. Ich nutze es halt für Bilder in der Arbeit. So ein bisschen. Habe ich auch gerade ein paar Sachen, ähm, die ich noch ins System einspeichern muss oder ins System geben muss. Ähm, so ein bisschen, äh, bin ich einfach noch nicht dazugekommen. Deswegen Kamera. Ansonsten, ja. Ich brauche keinen Speicher, da ich ja, ähm, Spotify sowieso nicht runde. Also ich lade an Spotify gar keine Lieder runter, weil ich kann sowieso umsonst, also alles hören. Ja, Spotify habe ich nicht. Äh, das Einzige ist halt wirklich Akku und für mich eine Kamera und halt Netz, aber das ist ja vom Handy unabhängig. Das ist ja eher Anbietersache. Ja. Ja, Netz ist Anbietersache, da kann ich, da kann ich nichts machen. Dann würde ich mal sagen, sag ich Stopp. Weißt du, was ich nebenher spiele oder was? Hä? Weißt du, was ich nebenher spiele oder was? Stopp. Außerschulischen Aktivitäten. Außerschulische Aktivitäten. Leute, wir gehen arbeiten. Vielleicht war das so auch die Vergangenheit gemeint. Gar keine, ich habe gezockt. Ja. Zählzocken. Ich bin Gäber. Zählzocken. Zählzocken als Außerschulische Aktivitäten. Wenn Zocken ein Fach gewesen wäre, hätte ich heute, hätte ich einen wesentlich besseren Abschluss, als ich jetzt habe. Nee, ich habe 1,1. Also, das ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber auch Berufsschule. Ähm, obwohl ich da nicht anwesend war, lang. Ähm, ja, außerschulische Aktivitäten. Ähm, also das Einzige, was ich wirklich mal gemacht habe, ist bei uns in die Schüleroase gegangen, nach der Schule und habe da Billiard gezockt, weil die einen Billiardtisch hatten. Und er einfach... Das ist eine Schüleroase. Entschuldigung, dass ich es jetzt mal raushauen muss, aber... Die heißt Schüleroase. Ähm, das ist so ein Schülercafé. Da konnten... Äh, da konntest du, wenn du jetzt zum Beispiel Nachmittagsunterricht hattest, dann hattest du ja eine gewisse Zeit, wo du die überbrücken musstest. Dass du nicht nach Hause fährst und wieder hinfährst. Dann konntest du hingehen, hast warmes Essen gekriegt, musstest natürlich was dafür zahlen. Äh, mehr so... Ja, Pommes, Rot-Weiß, eine Currywurst, ein paar Bratwurst, so Zeug, was halt schnell gemacht ist und so Kleinigkeiten. Und dich halt einfach mal für eine Stunde, zwei beschäftigen. Da bin ich relativ gerne hingegangen, aber halt nur wegen dem Billiardtisch. Wir hatten da einen Billiardtisch, da habe ich Billiard gezockt. Ich kriege ja auch hoffentlich endlich irgendwann bald meinen Billiardtisch für hier, ähm, weil ich einfach gern Billiard spiele. Ich spiele auch gern Billiard. Ähm. Ja, ich muss dich mal besuchen, komm, wenn du deinen Billiardtisch hast. Ja, wenn es so weitergeht, kriege ich denn erst, jetzt ist der Plan aktuell Dezember. Also es hat sich um ein Jahr nach hinten verschoben, aber ich war, es ist ein Profitisch, darauf warte ich gern für den Preis. Ähm. Ich habe Fehler gemacht. Mach schön ins Doku. Oh. Ja. Kannst einfach, du musst, das musst aber du machen, oben auf die Pfeiltasten, einmal auf Zurück, neben dem Drucker. Okay. Genau. Ähm. Gut, dann, das war das Einzige, was ich außerhalb der Schule gemacht habe, was noch irgendwie mit der Schule zu tun hatte. Und halt Streitschlichter. Streitschlichter habe ich gemacht. Das war auch was Freiwilliges. Hatten wir ja erst, ich habe die Leute weggetragen. Ich war der beste Streitschlichter. Die haben sich nicht mal gestritten? Nein. Aber mir war es egal, wenn die kleinen Kinder von mir was wollten. Ähm. Ansonsten keine außerschulischen Aktivitäten, nichts. Ich war in keinem Fußballclub, ich war in keinem Tennisclub, ich war in keinem irgendwas Club. Ich habe mal im Frühjahr Fußball, war ich in einem Fußballverein, dann bin ich, hatte ich keinen Bock mehr, dann bin ich raus. Dann war ich im Tischtennisverein, dann hatte ich keinen Bock mehr, dann bin ich raus. Dann war ich im Go-Kart-Fahrverein, da hatte ich dann, da durfte ich nicht das machen, was ich wollte. Ich wollte zu Turnieren angemeldet werden. Der hat gesagt, nee, du bist noch nicht so gut. Ich war besser als sein Superstar. Dann bin, habe ich keinen Bock mehr gehabt, bin ich auch raus. Also wenn man auf sowas meint. Mhm. Ich war auch mal im Fußballverein. Aber da war es, ähm, nee, sonst finde ich raus. Da war es einfach so, du bist reingekommen und der hatte halt einfach schon sein Team zusammengestellt und dann hast du halt auf der Bank geguckt, äh, warst du auf der Bank gehockt und hast zugeschaut und ja, wo es halt einfach vernachlässigt, in Anführungszeichen. Und dadurch hat es keinen Spaß gemacht und du hast halt einfach gelassen, obwohl ich die alle gekannt habe. Ich habe mit denen dann auch so privat ein bisschen Fußball gespielt und sowas und die haben es mir ja auch damals nahegelegt, vielleicht in den Fußballverein zu gehen. Aber ich habe es, ich sehe gerade, ich habe Sven aus, das ist irgendwie leiser gemacht und ich weiß nicht wie, wie ich es geschafft habe, aber nicht schlimm. Also nicht viel, wir reden hier um 5 Dezibel. Ähm, auf jeden Fall, äh, weiß ich nicht und dann hatte ich halt auch keinen Bock mehr und habe mit denen halt lieber privat ein bisschen so Fußball gespielt, als, äh, in dem Verein drin, der einfach keinen Spaß gemacht hat. Und ich sage es euch auch, ich gebe es auch mal jedem an die Hand, der von hier zu, äh, Zuhörer ist, wenn ihr bei einer Sache keinen Spaß habt, dann lasst es sein, weil ihr müsst euch ja nicht durch, durchzwingen. Es soll Spaß machen. Es soll Spaß machen, genau. Das ist wie zum Beispiel, wenn, mir macht Factorio sehr, sehr viel Spaß. Ich könnte das jede Zeit zocken. Ein Crocs würde das, also ein Alex würde das komplett ankeksen, jeden Tag Factorio zu zocken. Ja, ich brauche Abwechslung. Aber sowas, was ich zum Beispiel gerne und oft spiele, ist wirklich Billard oder Dart. Billard oder Dart? Also Dart schaffe ich tatsächlich hier nicht, weil ich keine lange, gerade Fläche habe, die, äh, ausreichend wäre, um eine gewisse Distanz wirklich zu haben. Aber einen Billardtisch kriege ich rein, auch so, dass du spielen kannst. Dart! Ich habe sehr teure, sehr teure Dart-Pfeile da. Ich treffe das, was ich will. Ich weiß aber nicht wie, aber mir tut danach immer der Arm weh. Ich kriege von Dart-Spielen Muskelkater, aber richtig Muskelkater. Ich spiele oft, also wenn ich Zeit habe, jetzt natürlich weniger, durch das, dass ja diese scheiß Zeit ist, gehe ich eigentlich sehr oft Dart-Spielen. Ja, bei mir ist es so, genauso mit Billard. Ich bin früher halt einfach mal schnell nach Kredwitz gefahren mit einer Freundin, mit einem Freund oder sonst irgendwas. Mit einem Kumpel, habe mir halt einfach mal für ein paar Stunden einen Billardtisch da geliehen und haben uns halt einfach ein bisschen Billard gespielt. Geht ja alles momentan nicht. Deswegen hatte ich mich ja entschieden, einen zu kaufen. Dann habe ich ein Angebot gekriegt von einem Profi-Billardtisch für echt wenig Geld, für 300 Euro, das ist halt nichts. Habe dem Angebot zugestimmt und jetzt ist halt, durch die jetzige Zeit hat sich das alles massiv nach hinten geschoben. Aber hey, dann habe ich in meiner Junggesellenbude einen Junggesellenartikel mehr. Ein Kicker, zum Beispiel überhaupt null, interessiert mich nicht, habe ich keinen Spaß. Ich habe einen Kicker, ich habe einen Kicker, auch einen nicht so billigen und einen relativ guten. Habe ich, habe ich noch nie drauf gespielt. Habe ich nie, der steht bei meinen Eltern im Keller. Bin ich ganz ehrlich, ich bin voll raus, was so Kicker oder so angeht. Ich spiele Dart, Billard, Pool und das war's. Ja, Pool nicht. Billard und Dart. Aber zu dem Dart zurück, ich glaube, ich weiß aber, warum mir der Arm wehtut. und zwar, ich hämmer die Pfeile immer so rein in die Platte, dass die fast auf der anderen Seite rauskommen. Die hämmer ich richtig rein. Ja, jetzt ist die Frage, Elektro Dart oder Kork Dart? Kork. Beim Elektro Dart, aber kannst du bei mir gar nicht anfangen, weil die Spitzen abbrechen sofort, weil sie voll neu hämmer. Also ich spiele alles. Also Elektro Dart und Ja, Elektro Dart muss ich mich immer zusammenreißen, weil ich wirklich, ich hämmer die Dinger voll nach vorne. Aber ich habe halt echt das Problem, dass mir immer die Plastikspitzen abbrechen. Oder immer abbrechen. Also ich glaube, wenn ich zehnmal werfe, brauche ich neun neue Spitzen. Und beim Kork Dart habe ich es halt schon wirklich so reingehämmert, dass die Spitzen auf der Rückseite rauskamen. Ich hatte mal so ne Kork Dart Scheibe hier. Ja, ich auch. Wir sind sportlich, Alter. Wir sind voll sportlich, wir sind voll sportlich, Alter. Ja, wir spielen Dart und Billard. Dart und Billard. Bowling tatsächlich auch, habe ich auch ab und da mal Bock. Mag ich auch. Wir haben sogar drei Bowling-Center hier in der Nähe. Das ist da, wo ich mir meinen Billardtisch leide. Die haben auch Bowling-Bahn. Also deswegen, wenn gerade kein Billardtisch frei ist, hole ich mal meine Bowling-Bahn für eine Zeit lang. Ist wirklich so. Das mache ich auch relativ gern. Dann, aber dann muss man mit der richtigen, mit den richtigen Leuten spielen. Das muss nicht Spaß machen. Es gibt immer welche, die sind so ehrgeizig. Dann macht es keinen Spaß. Ne, macht es da noch nicht. Kegeln habe ich mal probiert, aber ich finde es komisch, dass die Kugel keine Löcher hat. Kegeln mag ich gar nicht. Habe ich einmal probiert, aber ich finde es halt einfach komisch, dass die Kugel keine Löcher hat. Ne, Kegeln mag ich nicht. Und beim Bowling habe ich festgestellt, die Kugel muss ein gewisses Gewicht haben, weil sonst dreht sich meine Bowling-Kugel erst nicht. Die schlittert einfach, wenn die zu leicht ist. Wirklich, du siehst noch die Löcher, wo ich losgelassen habe. Die bewegen sich nicht. Die schlittern einfach drüber, weil wie beim Dart, ich hämmer das Ding nach vorne. Vielleicht sollte ich mal mit mehr Gefühl rangehen. Sonst? Also wenn das alles außerschulische Aktivitäten sind, sind wir übel sportlich. Ja. Mit Dart und Billard. Und Bowling. Zocken halt hauptsächlich damals und heute und immer. Und ja. Ich würde sagen, sag Stopp. Darf ich mal kurz noch was hinzufügen, bevor wir das Thema komplett schließen? Sag dann einfach Stopp. Ich gehe dann schon mal hin und her. Stopp. Wenn meine Freundin heute sagen würde, entweder ich oder zocken, dann sage ich, schön, dass du da warst. Ohne Kack. Ja. Sven? Ja. Wie grün ist dein Daumen? Das nächste Thema ist grüner Daumen. Ich habe ein Greenscreen hinter mir. Zählt das auch was, Pflanze? Nee, ist grün. Nee, grün. Tatsächlich war ich im Landschaftsbau tätig. Also eigentlich habe ich einen sehr grünen Daumen. Wie geht es den Pflanzen in deiner Wohnung? Ich habe keine Pflanzen. Also, ich habe schon Pflanzen in deiner Wohnung, aber ich kümmere mich nicht drum. Das macht meine Frau. Ich habe einen Wecker einmal die Woche beziehungsweise einen Timer in den Google-Kalender gestellt, dass ich meine Pflanzen gießen soll, sonst vergesse ich sie. Und ich bin halt einer. In den Übertopf passen so zwei Liter rein. Ja, dann kippe ich doch auf zwei Liter rein, sodass es knapp, dass sie kurz vor dem Absaufen sind. Falls ein Käfer in der Erde ist, du hörst ihn schreien. Ah, Überflutung. Du musst zu überführen. Nein, Kippen. Nee, aber tatsächlich, du wirst lachen. Meine Pflanzen hier geht es eigentlich ganz gut. Früher sind mir alle verreckt. Irgendwie mache ich es jetzt oder schaffe ich es, dass meine Pflanzen gut geht. Von hier aus habe ich eine Pflanze, die habe ich gekriegt, die war echt winzig. Die ist mir sogar einmal fast eingegangen, nachdem ich sie wieder vergessen hatte. So eine längere Zeit zu gießen. Jetzt habe ich gestern da zwei Liter reingekippt, einfach wieder so. Flop, flop. So mache ich so jede Woche mal, jede zweite Woche, kriegen die zwei Liter Wasser, die Pflanzen. Die sind aber dementsprechend auch groß. Ich glaube, die verkraften es. Dann habe ich im Wohnzimmer so einen riesigen grünen Vorhang. Das sind zwei Pflanzen, die einfach mittlerweile so lang sind, dass es wie so du kennst auch Efeu, was die Wand hochwächst. So ähnlich ist es auch, nur nicht als Efeu, sondern mit herzförmigen, großen Blättern. Das Gleiche aus dieser Pflanze, weil mir mal ein Trieb abgebrochen ist, habe ich mal gedacht, die hat doch Luftwurzeln, auch mit und so. Habe ich einfach, du wirst lachen, einfach, ich hatte so einen vier Meter Trieb, was von denen abgebrochen ist, habe den in so 20 Zentimeter Stückchen geschnitten und einfach in die Erde reingesteckt. Ich habe eine neue Pflanze im Schlafzimmer seitdem. Also hat wirklich funktioniert. Dann habe ich noch einen Gummibaum, also meine Mutter sagt, das ist ein Gummibaum, habe ich jetzt von meiner Mutter bekommen, die hat den großgezogen. Die hat sehr lange gebraucht, bis er auf der Größe war. Ich habe jetzt einen Monat gebraucht und das ist Fünffache. Den habe ich bei mir hingestellt, habe Wasser reingekippt, auch so zwei Liter halt jedes Mal und warum zwei Liter, weil in meinen Behälter, mit denen ich auffüllte, genau zwei Liter reinpassen. Und jetzt ist der einfach so explodiert. Ja, also hast du einen Gründurm. Ja, aber wie? Eigentlich müsste jede Pflanze, die bei mir ist, verrecken, weil entweder wird sie nicht gegossen oder zu viel. Anscheinend mache ich irgendwas richtig. Ich kann ja auch sagen, dass ich damals bei meiner Mutter einfach in die Botanien gepisst habe und die sind gewachsen wie Unkraut. Also hast du einen grünen Penis. Oder so. Bei mir ist es jetzt wirklich, die Pflanze, die geht ja, die wächst einmal von Hüfthöhe rauf, also die ganz große, bis an die Decke. runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Mit mehreren Trieben. Also wenn ich die mal, weil ich sie mal neu mache, wie ich zum Beispiel Lichterkette mit rein habe und sowas. Vom Wohnzimmer bis zu der Wand, bis zu der Wand hier sind es sechs Meter. Von der Wand bis hier habe ich nochmal fünf Meter. Das heißt, sind wir bei elf Metern und der Platz hat nicht gereicht für einen Trieb. Na super. Die kürzesten waren schon zwei, drei Meter. Also, und der hat so zwanzig davon. Und das zweimal, weil ich links und rechts die Pflanze habe. Also ich denke, der hat Pflanze getut. Und ich weiß nicht warum, weil, wie gesagt, die kriegt zwei Liter Wasser. Der hat Durst. Vielleicht weiß die Pflanze, ja, ich kriege erst dann wieder Wasser, wenn ich keins mehr habe. Oder auch man soll doch solche Dinger regelmäßig umtopfen, dass sie neue Erde kriegen. Weiß ich nicht. Hm, keine Ahnung. Meine Mutter ist Floristin, die hat mir das gesagt. Ähm, die Erde da drin ist schon steinhart. Und wenn ich Wasser nachkippe, müffelt es. Dann würde ich mal sagen, du hast nicht auf deine Mutter gehört. Ja, habe ich auch nicht. Das ist die Erde, die damals noch, als ich die im Baumarkt gekauft habe, dabei war. Ich habe doch keine neue Erde drauf oder so. Das passt schon. Aber es geht. Es klappt. Ja, warum nicht? Wenn es klappt, dann klappt es. Ja, ist halt wirklich ein Monster mittlerweile. Also die Lichterkette drin siehst du nicht mehr. Wenn du jetzt noch eine Lichterkette drin hast, dann solltest du sie rausnehmen, weil Weihnachten ist rumgelegen. Nee, die habe ich so als Deko-Element drin. So grundsätzlich als Deko. Stell dir mal vor, du hast eine Frau bei dir. Ihr seid auf der Couch. Du kannst dieses Licht ein bisschen anmachen. Dann wird es schön romantisch. Und schwupps ist die Hose unten. Nein. Ja, leider nicht. Leider nicht. Nein. Dann ist vielleicht noch eine Kerze oder zwei. eine Frau kommt bei mir in die Wohnung. Sag ich nein. Stell dir mal vor, eine Frau kommt bei mir. Ach, Scheiße. Da war ja was. Nee, also. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde es so was so indirektes Licht oder so ein bisschen gedimmtes Licht relativ schön. Vielleicht auch aus Ausgleich. Vielleicht brauche ich es ein bisschen aus Ausgleich wie hier. Ich habe hier gerade zwei Strahler, die mich, zwei Strahler, eine LED-Glühbirne hier, eine Glühbirne hier, die hier, wenn ich Stream oder am PC sitze, verdammt viel Beleuchtung machen. Einfach ums Gleichmehr. Gleichmäßig zu beleuchten und allem drum und dran. Beziehungsweise Gleichmäßig hat sich es dann nämlich auf LED umgestiegen und bin sowieso erledigt. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Man sieht es noch in meinen Augen hier gerade und ich habe gerade in so einen Strahler reingeschaut. Kennst du das? Ja. Wenn du in so einen Strahler reinschaust und dir so erst mal den Punkt von einem Strahler irgendwo hast. Ja, habe ich doch gerade gesehen, wie du es kannst. Das hasse ich. Ich gucke da gar nicht gern rauf, aber ich gucke da rauf. Oh. Deswegen kann ich es gar nicht verstehen. Manche packen sich ja so ein Keylight in die Fresse, wo die Kamera in so einem Keylight drin ist, in so einem Ringlicht. Ach, Ringlicht. Ich habe so ein Ringlicht hier. Alter, das geht nicht. Das packe ich nicht. Ich werde doch nicht ein Licht, was mich die ganze Zeit anstrahlt bis zum Gehtnichtmehr. Ich bin Zocker. Ich komme aus Kellern beziehungsweise Dachböden. Oder? Könntest du dir die ganze Zeit so einen Strahler in die Fresse halten lassen? Nein. Damit du gleichmäßig beleuchtet bist. Im Moment, im Moment, wo wir jetzt gerade die ganze Zeit diesen Podcast machen, regt mich eins auf. Und zwar, da ist diese Liste, die wir haben. Wenn ich die wegmache, ist mein Gesicht gleichmäßig beleuchtet. Siehst du? Ja. Mache ich die Liste wieder auf? Ist dein Bildschirm zu hell? Nein. Mach halt einen Dark Mode an. Darf ich dir was sagen? Der Dark Mode ist an. Was? Ja, weil ich kriege dieses Google Doc nicht in schwarz. Äh. Aber es schaut, deswegen habe ich es so, weil ich auch manche Sachen halt nicht in schwarz kriege, deswegen habe ich den Rest überbelichtet. Und die Belichtung von hier dunkler gemacht, damit auf dem Bildschirm, wenn was heller dunkler wird, nicht auffällt. Deswegen werde ich eh schon viel angestrahlt. Jetzt zum Beispiel ist es wieder schön. Jetzt strahlt es wieder von vorne, aber ich kann, ich mag helles Licht nicht. Ja, das ist so eine Sache. Das kenne ich. Das kenne ich mal. Hey, wie sind wir von, achso, weil ich eine Lichterkette in der Lampe, in der Pflanze habe. Weil ich grünen Daumen. Bingo, grünen Daumen. Von grünen Daumen zu Belichtung. Schaffen auch nur wir. Ja, schaffen auch nur wir. Ähm. Ja, kann ich dazu jetzt nicht sagen. Also ich war früher im Landschaftsbau tätig, die Bäume stehen immer noch. Ich glaube, Bäume zu verkacken ist schwierig. Ich habe auch echt viel Storkosorb unten reingedruckt. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Feuchtigkeitsmittel, dass die Wurzeln Wurzeln schlagen können. Also praktisch, wenn du da einen Tropfen Wasser draufsitzt, wird es glibrig. Also so ähnlich wie in Windeln. Ja, genau. Dann wird es glibrig und das speichert Feuchtigkeit für die Pflanze. Mal eine Frage. Bäume zu verkacken ist aber schwierig, oder? Nein. Nicht? Nein. Komplett einfach. Man kann, wenn man sich einen Baum kauft und den anpflanzt, kann man den verkacken? Den kann so richtig hart verkacken. Entweder wechselt er nicht und er bleibt immer so groß. Oder er wächst gar nicht und stirbt und wird braun. So wie bei mir mal eine Tanne. Ich habe eine ganze Fichte hergemacht. Aha. Oder du hast natürlich so einen guten grünen Daumen, dass die so dermaßen groß wird, dass du Unternehmer brauchst, weil sie zwölf Meter hoch sind. Also mein Vater hat damals zwei, drei Tannen gepflanzt. Eine Blaumann-Tanne, so eine blaue, und zwei grüne Tannen. Und die Blaumann-Tanne habe ich damals mit weggemacht. Die war noch nicht so hoch. Die war schon so auf der Höhe vom Haus, also so neun bis zehn Meter. Die anderen beiden haben wir dann Unternehmen beauftragt. Die sind dann auch ordentlich hergekommen, weil die eine war zwölf Meter, die andere war vierzehn Meter. Damit die wegkommen. Und die haben die vor Ort, das war voll geil, wirklich. Also einmal, als das Unternehmen kam, um die Bäume wegzumachen, stand die Straße voll. Die sind gekommen, mit so einem riesigen, also ich glaube, 20 Kubik waren das nicht mehr, das waren schon 40, 50, 60 Kubik, auf jeden Fall so. So einen riesigen Hänger, wo sie das Häckselgut reinpacken, mit einem Ach, die haben die gehäckselt. Die haben den gehäckselt mit einem Häcksler, mit einem Harvester, der den dann gepackt hat und rein hat. Voll geil! Ja, Harvester sind cool. Wirklich, der ist hergefahren, hat den Baum genommen, den Baum einfach so genommen, abgesetzt, auf den Häcksler und mit allem durchgehäckselt. Nee, nicht in Stückchen geschnitten, weil der hat den nur gepackt. Der packt ihn und der kann ihn mit seiner Zange, kann der den schieben, rechts und links. Jaja, das hat er nicht gemacht. Der hat den nur abgesägt, gepackt und halt richtig schön vor den Häcksler gepackt und halt ab und dann nachgepackt und weiter in den Häcksler reingeschoben. Ah, okay. Weil der ist komplett durch den Häcksler gegangen mit jedem Ast und allem drum und dran. Ja. Voll geil! Wirklich, halbe Stunde, ja nicht mal. Also, die sind aufgefahren, haben gesagt, die zwei Bäume, okay, halbe Stunde später waren sie weg. Das war pro Baum vielleicht fünf Minuten. Beim Harvester geht das schnell. Ja, auch komplett gehäckselt. Und dann haben sie auch den Baumstumpf mit so einem Fräser, also mit so einem Climb-Trecker hingefahren, mit so einem Fräser, so ähnlich wie halt wirklich im Landwirtschaftssimulator, so runter und aus dem Boden den Baumstumpf rausgefräst. Also voll geil! Voll geil! Wie ich das gesehen habe, ich stand da und habe mal gedacht, ich will auch. Wäre ich so ein Häcksler, gell? Nee, nicht so ein Häcksler, so ein Harvester. So mal, so mal, hätte ich Bock zu. Was machen sie heute den ganzen Tag? Ich schmeiße mein ganzes Zeug durch den Häcksler. Papier. Kennst du, du kennst doch die Schredder-Videos. Ja. Ach, so ein Ding hätte ich auch gern. Wo sie so ganze Autos packen und einfach reinschmeißen und einen Bus reinpacken. Nee, aber auch so kleinere Schredder oder sowas. Sowas hätte ich auch gern. So einen kleinen, so einen kleinen Haushaltsschredder. Ja gut, wo ist die Katze hin? Die ist abtauend. Die ist weg. Aber sowas wäre, jetzt werde ich ganz traurig angeguckt, sowas wirklich, wo du dann sagst, vor allem, das wäre eigentlich übelst müllsparend für dich. Was heißt müllsparend? Das wäre plattsparend in einer Mülltonne. Wenn du schon zerhäckseltes Papier hast, kannst du das nicht pressen. Ja. Boah, ich hätte so viele Kartons, die ich platt machen würde. Ja, im Papierschreter habe ich ja da, aber ich meine so so wirklich so allein Plastikmüll. Nimm mal, sagen wir mal, du hast eine leere Weichspülertüte. Ab in den Schredder damit. Kaum Müll. Und ich glaube, für den Transportweg ist es bestimmt auch geil. Müll? Ja, weil die kannst du einfach Müll wird nicht weniger, aber das Volumen vom Müll wird weniger. Wenn du es schon vorher schredderst, ist es einfacher zu recyceln. Ja, und zu transportieren vor allem. Weil so eine Literflasche, Weichspüler hat es ja zum Beispiel Volumen von einem Liter. Hat aber nur, keine Ahnung, 20 Gramm Plastik. Ja, wenn du die zerschredderst, hat die nicht mal mehr die Hälfte. Dann hat die einen Bruch, hat die vielleicht 10% einfach noch. Ja. Und das wäre halt einfach, und vor allem, du kannst es dann viel einfacher transportieren, aber wir weichen jetzt vom grünen Draumen massiv weit ab und wir haben die Stunde voll. Okay. Also, meine Freunde, meine Zuhörer, meine Zuschauer. Und die, die es noch werden wollen. Da gibt es keine. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und ich bin echt ein bisschen kaputt geredet jetzt. Acht Stunden Stream, zweimal Podcastaufnahme, ich bin ein bisschen kaputt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen restlichen Freitag und damit sind wir raus. ja noch nicht ganz, die üblichen Worte einmal unten in der Videobeschreibung. Der Link zum reinklicken. Daumen immer gerne gesehen und auch gerne in den Kommentare zu jeglichen Thema, was wir heute hatten. Könnt ihr, dürft ihr und könnt ihr und sollt ihr sogar euren Senf dazu geben, gehen eure Pflanzen ein? Erstes Handy? Mhm. Wo sollte man nochmal gewesen sein, was wir jetzt vorhin nicht auf dem Schirm hatten? Ja, genau. Das würde mich immer interessieren. Und damit verabschieden wir uns für heute. Tschüss. 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 Tschüss.